Willkommen bei einem dritten Teil der Serie. Seht jedoch die Adventszeit mit der Jugendfeuer tiefgraben. Heute geht es um heruntergebrannte Kerzen. Nachdem jetzt einige eurer Kerzen am Adventkranz schon ziemlich heruntergebrannt sind und der Adventkranz schon trockener wird, steigt die Brandgefahr. Bitte schaut nach, ob ihr den heruntergebrannten Kerzen bereits den Befestigungsnagel seht. Wenn dies der Fall ist, zündet den Adventkranz auf keinen Fall mehr an oder tauscht die Kerzen aus. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit. Wenn es trotzdem zu einem Brand kommt, ruft die Feuerwehr mit dem Notruf 122.